Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video soll es um eine Herausforderung gehen, die wir in der Woche 4 in Fortnite neu bekommen haben. Und zwar geht es um die Herausforderung, wo man Boat Lounge, Coral Cove und Flopper Pond besuchen soll. Diese drei Orte kennen die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Ich tatsächlich kannte sie auch nicht, musste ein bisschen auf Suche gehen, aber war auch relativ einfach zu finden. Ich will euch das Ganze aber ein bisschen erleichtern, habe eine Karte herausgefunden, wo das Ganze auch markiert ist, damit ihr es relativ schnell finden könnt und besuchen könnt. Also bleibt euch mal bis zum Ende dran, würde mich ja wieder freuen. Ansonsten bis dahin gerne mal ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und meinen Creator-Code metter-8 im Gegensatzshop gerne eingeben. Vielen Dank für diesen riesigen Support in der Zeit, dann würde ich jetzt auch mal sagen, fangen wir mal direkt an mit dem Video, denn ich möchte euch ja in diesem Video zeigen, wo sich diese drei Orte befinden. Diese drei Orte sind eigentlich relativ simpel zu finden und ihr habt es auch wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Und zwar ist auf dem einen oder an dem einen Spot ist ein Boot ganz an der Ecke, an der Kante, soll ein Filmset sein und sieht sehr spannend aus. Dann haben wir einen kleinen See mit einem kleinen Häuschen, das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Und dann haben wir nochmal einen Ort, wo wir so sechs kleine Hütchen haben, in der Mitte nochmal mit einem Lagerfeuer, wo man sozusagen ganz, ganz entspannt sich heilen kann. Sieht, alle drei Orte sehen wirklich sehr, sehr interessant aus und ich möchte euch jetzt mal im Hintergrund zeigen, wo sich diese drei Orte befinden. Und zwar befindet sich der eine Ort über Sweetie Sands auf den kleinen Inseln, da ist der eine Ort dann neben Holy Hedge und dann nochmal unter Misty Meadows, da ist auch nochmal ein kleiner Ort. Und das sind die drei Spots, wo ihr die Sachen besuchen könnt. Ich habe sie euch auf der Karte markiert, könnt ihr natürlich abchecken, ist auf jeden Fall richtig Ehre. Die kleine Map habe ich von Fortnite Intel, habe ich davon, also von denen genommen, sehr, sehr interessant und hilfreich. Dann würde ich sagen, Leute, wenn ich euch helfen konnte, dann lasst doch gerne mal ein Like da, natürlich auch ein Abo da, lasst die Glocke aktivieren und meinen Creator Code Meta-8 im Gegenstandschub eingeben. Danke fürs Zuschauen, Tschau und Tschüss und bis zum nächsten Mal.